Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Odyssey. Wir sind Kasano unterwegs, um die Halskette zu besorgen. Dort im versunkenen Tempel sein soll. Die Halskette ist da unten. Erstmal schauen wir, ob wir die Haiefleisch hier oben erwischen können. Keine Pfeile. Mist. Äh ja, das ist nicht sehr toll. Wir waren es einfach mal. Ja, ich blunder ja den Schatz, ist ja gut. Warte erstmal den wichtigen hier. So. Äh, schwimm weiter, hallo? Eigentlich hätte ich ja den Schatz schon. Mist, ich hab keine Pfeile. Ich kann mich aber auch hier nicht wehren. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, wir können uns wehren. Ja. Okay. Ich bin tot. Na toll, ich hätte drauf achten sollen, dass ich Pfeile hab. Gibt's hier Pfeile? Gibt's hier Pfeile? Okay. Okay. Gibt's nicht. Also. Auf ein neues. Ja. Gibt's hier Pfeile. Dann Grace. Die Heizkette ist da unten. Okay. Das ist wie jetzt. Hm? Sieh schön. Eine andere. Nein. 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 Ich glaube aber, wir haben es. Habe ich dich schon? Ich habe dich noch nicht gelootet. Ich komme hier nicht weg. Ich habe viele Leichen hier. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Dann wollen wir auch alles mitnehmen, was wir finden. Ich meine es nur zwei Drachmen sind. Was war es? Ist nichts mehr da? Ich habe das erledigt. Gut. Das braucht noch etwas, was ich gerne schnell noch mitnehmen möchte. Was ist das für alle? Das ist für alle, meine Güte. Ah! Okay. 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 Dann in die Richtung noch etwas. Dann in die Richtung. 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 alles das ist nicht notwendig habt eine gute reise du bist ein geschenk der götter adler frau mögen sie dich segnen leb wohl china gute reise okay ques abgeschlossen wir haben alles niedergebunden nein wir reden darüber nicht das zu aktuelles thema ok ich will auch einen hund als begleiter mein schwert oban das und Ich bin der Kluge. Ich bin der Kluge. Das ist gut. Okay. Da kommt man nicht rein. Gut, dann holen wir uns den noch und dann geben wir die Kette ab. Gibt's sonst sowas hier? Na komm, komm schon. So, wo müssen wir denn hin? Inventar. Oh, 75, aber erst Stufe 6, da sind wir ja bald. Ich habe im Moment das. Ich nehme wieder das. Und was haben wir hier Schönes? Das wird hier. Ja? Das gefällt mir zwar besser, aber man sagte, es war eigentlich immer die beste Rüstung. Aber egal, jetzt der eine Punkt ist jetzt auch nicht so... Mein Pferd. Kann mir das mal nehmen. Obwohl mir das überhaupt nicht gefällt mit diesen... Von den Augen. Ne. 4 Jägerschein plus vorhanden Tat. Ja. Ja. Heizkette. Äh. Ja. 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 Okay. ich kann mit ihr reden du hast sie das ist die halskette der hai hat sich ganz schön gewehrt sie muss ihm gefallen haben wir können endlich weg nie wieder gemüse wir beginnen ein neues leben weit weg von hier ich weiß wie das ist viel glück quest abgeschlossen sehr schön so was wollen wir jetzt auge um auge nein ich wollte hier Okay, wir haben Die Insel sauber Oder? Es ist so, wir haben hier alles fertig Okay Hier hatten wir den Schmid Das Holzfällerlager Da ist noch eine Quest Hier haben wir noch etwas Es kommt ein Schiff gefahren Da ist auch noch was Hier waren wir auch noch nicht drüben Ja Darüber, ne? Ah, ich finde das Auge im Hause des Zyklopens Gut, ist ein Pinkel Ist hier ein Schmid oder so? Dreh dich nicht Ich weiß doch nicht mehr Das ist ein Schiff Das ist ein Schiff Das ist ein Schiff Ich weiß nicht nicht Ich weiß nicht Sollen wir uns auch von hier aus unterkämpfen? Wäre eigentlich die beste Strategie. Ja, ich würde sagen, das wäre die beste Strategie. Ich würde gerne... So. Ich habe keine Feier. Ja. So ist der Zyklop, macht keine halben Sachen. Sollen wir uns? Ja. Ich bin wirklich am überlegen, dass so eine gute Idee ist. Sollen wir uns? Sollen wir uns? Sollen wir uns? Sollen wir uns? Okay. Sollen wir uns? Sollen wir uns noch mal schauen? Seht ihr den da oben? Das oben habe ich nicht gesehen. Dreht das sich auf der U? Malacca! Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Ich darf nicht gesehen werden. Die Pfeile kamen von dort drüben. Ja. 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 Ah. 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 Den da hinten habe ich nicht gesehen. Sieht übel aus, ja. Gut, hier oben sind wir sauber, zum Teil. Weil, würde ich mal sagen... Weiter geht's. Okay. Ah. Ah! Du darfst dich hier nicht aufhalten! Was ist das? Geht mal nachsehen. Okay. Da ist auch noch eine. Hey, was soll das denn werden? Hier ist niemand. Das Recht ist niemand. Okay. So far ist gut. So far habe ich nur. Weiß ich nicht. Was wir gesehen wollen. Okay. 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 Ah! 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 Gut. Da müsste ich rüber. Ähm, ich schau mal eben noch wer. Da ist, den ich vorhin nicht gesehen habe. Wir haben alle erledigt. Könnte ich mir nicht vorstellen. Okay. Ah! 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 Das ist ein Schuss. Das ist ein Neumann. Wir looten mal eben alles, sooo. Gibt es sonst noch was hier zu tun oder war es das? Oh. Den hätten wir auch von irgendwo da oben freischießen können. So, so. Hab ich was vergessen? Schäm dich. Kehre mit dem Auge zu Markus. Können wir machen. Ähm, hab ich erst mal? Ich würde sagen, wir laufen erst mal hier hin, oder? Hallo? In... ...wiss Richtung. ...wiss Richtung. Oh. Kommen wir dann per schnellen Reise nach Markus. Oh. 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 Ich dachte, da gäb es noch was. Wolfshöhle. Oh. 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 Dann machen wir das doch erst mal. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Aber Fähigkeit zu um sie zu nutzen. So und einen Fall zu verschissen. die alle vier. So, wenn er fliegt halt, oder? Verlangsamen sich für bis zu fünf Minuten. Okay. Gruppe Fäer im Umgang mit Marazielekampf um Schatz zu töten, weil sie diese vielleicht zogen, um sie zu nutzen. Fassen bis zu vier gegen die Leise und verschießen, weil er die bis... Schieße einen mächtigen Fall, der... Ich finde das geil. Kann ich das mal umändern? Ich würde die Fähigkeit... Okay. Um... Nice. Ja, hol er doch. Kannst du ja mal gucken. Ist auch noch irgendwas? Okay. Ich schaue dann nochmal in unser Inventar. So. Da können wir jetzt ähm... Ziem... Schwere Keule gewöhnlich. Okay. Das ist schon nett. Den haben wir im Moment. Kriegerschan. Und ich bin alle gleich. Hier was Neues. Nur Müll. Oh, okay. Das Auge. Gut. Ich würde aber sagen... Ja. Hat man hier auch einen Fotomodus? Ich habe es vergessen. Oh ja. Sehr schön. Besprechend. Nochmal. Gut. Ich würde sagen... Ich beendere den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentartipps und Trickswilmer. Würde mich sehr drüber freuen. Und ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Adios. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.